weihnachtliche grüße damit willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich glaube es gibt nichts anderes mehr in clash of clans als schaufeln und clanstadt alles andere wird im moment unterbewertet oder was auch immer aber es ist irgendwie auch bei mir in den streams in aller munde und ich konnte es auch wirklich nicht mehr hören clanstadt schaufel ja ich habe jetzt ganz viele schaufeln leute es ist unglaublich aber ich habe neun von zehn ich habe nämlich schon eine schaufel genommen also tatsächlich habe ich mir mal ein pack von den schaufeln hier aus dem shop gekauft glücklicherweise gibt es die nicht mehr mensch bin ich froh aber dafür gibt es natürlich schöne schöne weihnachts bundles hier für euch also er kennt das bei clash of clans gibt es natürlich immer nette bundles zu kaufen mit denen ihr euch dann beschenken könnt allerdings sind die bundles jetzt muss ich mal gucken tatsächlich diesmal nur für euch also sonst sind die bundles ja wenn man diese bundles mit den mit den juwelen kauft dann beschenkt man ja seine seine clan leute und das ist diesmal nicht der fall die gibt es auch nicht wirklich oder nee die gibt es nicht wirklich aber dennoch das schon ziemlich ziemlich kranke sachen hier muss ich sagen auch die die hier mal nicht ganz so teuer sind ich wollte schon wieder heute wirklich schon wieder batteln denn hier so ein 1 19 mit zwei bilder portions oder das 5 99 mit drei bilder portions paar gems dabei und so weiter ist echt cool echt coole angebote acht tage zeit haben war okay dass das könnte bedeuten das geht fast bis zum jahresende da lasst euch mal überraschen was ich da noch oder wo ich da überhaupt zuschlage aber tatsächlich habe ich bei der schaufel zugeschlagen also immer gerne die schaufel des todes ich weiß nicht was diese schaufel hier bedeuten soll aber ist desto trotz die beste schaufel ist die schaufel mit jams habe ich mir sagen lassen ich habe eine schaufel genommen und zwar hier am alten hexenhut also die schaufel ist eigentlich gar nicht mehr eine schaufel wo du etwas umschaufelst sondern die schaufel ist eigentlich eine zauber schaufel denn in dem moment wo du die schaufel nimmst verwandelst du dieses item hier in ein ich sag mal so verzaubertes item und du kannst diesen hut jetzt ohne ende von a nach b schieben und brauchst da nie wieder noch eine schaufel für ja wenn er die einmal verschaufelt hast musst du also nicht noch mal eine schaufel nehmen um das item an seiner bestimmung oder an den bestimmungsplatz irgendwo unterzubringen also dass er das er an der stelle mal gesagt und ich habe mir natürlich die wunder wunderschöne winter szenerie gekauft ich denke mal könnt ihr mir gerne nicht in die kommentare schreiben habt ihr euch auch gegönnt denn diesmal wirklich wirklich schick obwohl ich sagen muss der schnee rundherum gefällt mir ganz gut aber in der mitte dass das sieht mir so ein bisschen aus wie bei der letzten wm das heißt also der wüsten katar sand und dann haben die sich den schnee rundherum gekauft ja genug geld haben die ja für alles so sieht mir das eigentlich so ein bisschen danach aus aber ich mochte sie trotzdem weil ich natürlich diese 3d effekte mag und auch und auch die kleinen gimmicks hier wieder mit dem mit dem vermeintlichen worten und was sich hier schön schön bewegt und hier oben die murmelbahn vor allen dingen ich meine es ist keine murmelbahn sondern es ist eine bahn da kommt sie für die kanonenkugeln und finde ich wirklich also ich weiß ich bin 56 und erfreue mich an solchen dingen ich kann es nachvollziehen was ihr jetzt denkt ja ich kann es nachvollziehen aber jeder ist im tiefsten inneren kind geblieben und deswegen freue ich mich auch über solche sachen also schön gelungen hier hier fährt auch immer eine bahn hier oben da kommt sie wieder hat kommt sie wieder an und hier oben fliegt doch haben zu meinem ballon also wirklich schöne schönste szenerie er war hätte ich mal fast gesagt ist wirklich schick es gibt ja viele schöne szenerien allerdings den jolly skin den mag ich wirklich nicht so gerne denn ich hatte glaube ich auch im stream schon gesagt warum eigentlich nicht weil diese animation auch die wir hier haben die hatte man schon mal ganz ganz ähnlich in einem anderen skin und da haben die nicht mehr viel verändert hier ich weiß nicht mehr welcher ich weiß gar nicht mehr welcher skins war wir hatten an dem abend auch nachgeguckt aber ich glaube es war der skin hier kann das sein oder ein anderer warte mal der hier ist es nicht was ist denn eigentlich mit der animation dessen hier ja irgendeiner war es wohl wo die das auch so rumschleudert oder vielleicht ist das ein skin den ich nicht habe ist aber auch egal ich habe im moment welchen habe ich denn gekübt ja ich habe ich habe den gekübt hier und das wollte ich nicht machen und naja wie gesagt ich habe ja ich habe jetzt die schauf genommen aber was ist eigentlich in der clan stadt los leute was ist in der clan stadt los ja natürlich dead housing keine frage und jetzt haben wir ja mittlerweile hat ja so jeder seine hütte habt ihr gesehen ich auch und eigentlich habe ich jetzt heute morgen erwartet dass schon einige andere dächer haben hier er hier die alex haus hat schon glaube ich ein anderes dach denn wir hatten ja jetzt liga ende also heute morgen war die liga ende und wir haben auch wieder reich die loot geschäffelt habe auch mit allen schaß glaube ich von mir das ganze geschafft und ihr seht wir sind hier in bronze 2 gelandet die hoch oder niedrig das ist kann ich euch nicht sagen in bronze eine noch davor sind wir auf jeden fall im clan free to play also gar nicht mal so weit weg wie das ganze zu schande kommt da gibt es so irgendeine mathematische formel oder sowas für denn es gibt keinerlei erklärungen hier oben wie geht das ganze von statten wann werde ich silber wann werde ich gold ich meine man sieht das schon dass du hier etliche pokale scheffeln muss aber wie setzen sich eigentlich diese pokalchen hier oder die trophäen zusammen ja wie kommen hier wie kommen die zusammen wieso kriege ich es 487 sage ich jetzt mal ja und aber selbst die top clans hier auch in de lost free to play oder e zu de auch die sind erst mal nur silberliga 2 ja man könnte jetzt meinen die werden schon legend oder so nee die sind auch erst die überliga 2 mit 1075 trophäen die sie wohl bekommen haben und dafür kann man sich jetzt was können dafür kann man sich jetzt nämlich was können denn 70 180 das ist hier finde ich fairer preis fairer preis für diese dinger hier also für die für den für die dächer oder auch für die die mauern für den grund und auch für die deko das finde ich in ordnung dass man das ich glaube man kann ja im moment gar nichts anderes damit kaufen und kann ich mir vorstellen dass es im moment wirklich nur gedöns hier für die klaren stadt gibt was ich sehr übertrieben finde ist in jedem fall dass man hier auch klaren stadt teile für die red medaillen kauft aber hier unten und zwar für dreieinhalb tausend also das finde ich jetzt ein bisschen ich meine okay supercell hat gemerkt dass die leute ihre klaren stadt medaillen scheinbar nicht wirklich gut ausgeben können oder wollen also haben sie uns sowas präsentiert aber für 3500 abwärts bis nach 2000 finde ich ein bisschen heftig dann nehme ich doch lieber die trophies für 60 80 knapp 100 krieg da ich würde fast sagen schickeres naja aber das da sind wir mal geteilter meinung ich würde sagen ich würde sagen damit wir wenigstens ein bisschen clash of grenze haben abseits der klaren stadt und der schaufeln und der schippen lasse ich mir mal ein paar truppen geben und zwar genau die mal einen kurzen cut und da machen wir hier noch einen angriff mit den wederreiter mit dem bin ich immer noch unterwegs beste truppe hier würde ich sagen ich habe auch schon in vorbereitung ein video wenn ihr daran interessiert das müsst ihr mir mal in die kommentare schreiben ob ich das einmal für euch machen soll denn ich habe gehört so ein bisschen aus den streams heraus dass ihr ein bisschen angst habt eure supercell id hier nochmal nochmal abzusichern indem man hier auf connect geht und dann da oben auf das zahnrad also ich bin abgesichert das kann ich euch sagen kann ich soll eigentlich auch zeigen ja ich kann euch das zeigen ich schneide euch das eben raus naja ok ist vielleicht doch nicht ganz so gut wenn ich euch das raus schneide weil wenn ich euch das jetzt zeige dann seht ihr auch meine telefonnummer etc aber ich kann euch die hergehensweise sehr sehr gerne erklären wenn ihr das möchtet und aber ich bin hier auf jeden fall mit verbunden ihr könnt euch jetzt auch per e mail informieren lassen unter den subscriptions wenn neuerungen da sind bei clash of clans clash royale brosers etc müsst einfach mal reinklicken und ich halte das jetzt so lange fest jetzt lasse ich es wieder los schneide ich euch aber raus und da sind wir wieder im normalen spiel also wenn ihr daran interesse habt dann mache ich da gerne ein video von aber ich habe es heute erstmalig gemacht für einen meiner accounts hier das heißt also noch mal eine e mail verifikation und dann würde ich sagen ja mache ich den versprochenen cut dann sehen wir uns gleich wieder ich weiß auch gar nicht ob ich euch das schon gezeigt habe das geht eigentlich auf jeder rathausstufe hier dass man hier viele bomben aus auslösen kann schon mal und eine und auch gleich eine falle trifft ok dann 12 wien hinterher heiler hinterher und dafür haben wir hier kollegen hier auch schnell mal schnell machen dass wir hier die in wut bringen und dann haben wir in jedem fall die geworden statue die macht so unfassbar unfassbar starken schaden finde ich dass wir hier richtung rathaus kommen ich weiß beim farm nämlich eigentlich nie rücksicht auf meine truppen ob ich das rathaus unbedingt bekommen muss oder nicht ich glaube das ist an an der stelle jetzt nicht so so wichtig wir gucken mal wo die queen jetzt noch mal hingeht okay die geht jetzt richtung richtung rathaus das rathaus ist das schon starkes rathaus weiß ich gar nicht auf jeden fall sollte es sich verteidigen wenn ich jetzt an hätte damit ich auch mal wieder einen rathaus erfolg bekomme und noch eine falle und noch eine falle und noch eine falle okay jetzt muss ich mich ein bisschen ran halten oder also ging hier gesetzt der könnte ja auch ruhig reingehen der king und dann immer hier ich nenne ihn immer vor ihnen ich nenne ihn immer vor wie ich weiß aber ich mag ihn ich mag ihn so deswegen nehme ich ihn auch ganz gerne also einmal hier ein bisschen mit mit gut in die mitte und noch mit einem heil hier und vielleicht auch mit dem gift effekt sieht sehr sehr gut aus aber der hat er hat natürlich auch viel da hinten im ausbau der monolith ist im ausbau also alles sachen die mich jetzt natürlich nicht so wirklich super stören sondern ich finde es natürlich klasse dass das der das so hat der kollege okay meine queen räumt da hinten auf perfekt und hier geht auf jeden fall noch ein bisschen was die widerreiterin ja da streiten sich auch ein bisschen die geister in wut oder in heilung ich habe beides jetzt schon schon ganz gerne genommen also gut und heilung ihr seht der bohrer ist ist schon wieder nicht aufgegangen und hilft jetzt schon beim clean up hier ihr seht das er ist wirklich stark kann ich euch wirklich nur empfehlen den auch mal mal zu nehmen um damit so ein bisschen zu üben so will ich es mal sagen jetzt deswegen ist wirklich gut ich habe auch ein bisschen umgekippt ihr seht das unten am worden dort habe ich jetzt den poison lizard im moment dran weil der spielt sich da ganz gut kam auch oder war auch ein tipp von den zuschauern denn der hält den worten noch mal eine kleine ecker länger länger teilweise am leben habe ich das gefühl und je länger dein wort natürlich lebt desto einfacher ist dass sie also auch ein bisschen gefahren das habe ich immer noch nicht geschafft hier ich weiß die 20 tage nicht hier klicken sind aber auch noch nicht ganz rum ich muss das ganze noch zweimal machen das schaffe ich auf jeden fall für die gold ruhe hier denn ihr seht die liste hier wird immer immer kleiner also irgendwann müssen wir nicht mehr scrollen sondern haben es auf einen blick und dann wissen wir dass wir ich wollte gerade sagen dem nächsten update entgegen fiebern können aber ein paar wochen ist es noch denn sieben bogenschützentürme sieben kanonen und so das ist ja auch noch wirklich eine ganze masse hin okay meine lieben wenn ihr habe ich nachgebaut manchmal ich mag manchmal vergesse ich auch gerne nachzubauen nach meinen folgen hier aber wenn ihr noch brav dran bleibt dann könnt ihr nicht die outtakes sind die ich gemacht habe sondern ihr könnt den schippenkopf live von mir oder bei mir verfolgt haben denn ich habe das ganze natürlich im live zum gemacht das stück hänge ich euch jetzt hinten dran also nicht erschrecken es kommt jetzt kein abspann sondern der abspann kommt am ende beziehungsweise die einblendung des abspanns kommt am ende und jetzt entführe ich euch kurz noch eine runde ja in den vermeintlichen schaufel kauf bis dahin vielen lieben dank euer toto clasht willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's back clash of clans mit mir dem torson und der ihr werdet nicht glauben was ich machen werde ich werde es aber auch nicht machen glaube ich ich wurde heute ganz hart genötigt hier bei mir im live stream ich soll mir schaufeln kaufen schaufeln und dann labern die die ganze zeit über diese behausung weiß ich es gibt nichts anderes in clash of clans mehr als housing alle sind nass auf diese sachen hier auf die items freuen sich hier über hausdächer und irgendwelche anderen sachen hier gibt es auch eine super schaufel da oben und aber okay ich kaufe jetzt einfach die schaufel würde ich sagen mache aber kurz den air server auf denn ansonsten seht ihr ja plötzlich mal wieder meine kontodaten habe ich natürlich überhaupt keinen bock drauf und deswegen würde ich sagen mache ich knipse ich euch den eben aus kaufe ich mir mal ich kaufe mir jetzt die schaufeln ja ich weiß so ein scheiß ich kaufe mir ich kaufe mir schaufeln es hat nicht funktioniert ich glaube ich glaube das spiel weiß dass ich die nicht wirklich haben will ich habe schaufeln ich habe schaufeln ich bin so glücklich ist das jetzt wirklich weg das angebot nein man kann es ja fünf mal kaufen also ihr wundert euch wahrscheinlich dass man das da oben steht siebenfacher wert aber ihr könnt das fünf mal kaufen wenn ihr es fünf mal kauft meine sind fünf mal fünf mal dann habt ihr wirklich sieben mal gespart oder so dann ist das der siebenfache wert aber ich habe jetzt schaufeln gekauft ja ich bin hier also so was ich freue mich so was von über zehn schaufeln das ist geil echt das war jetzt nur für die aufnahme stimmt gar nicht ich wollte schon immer so viel schaufeln haben ich habe meine zuschauer so lange genötigt bis sie mir das geld gegeben haben damit ich mir schaufeln leisten kann eines ist es ein überschuss es ist ich kann es nicht es function ich kann es musst ich kann es courtyard ich kann es Independ에게